Heute darfst ihr mich begleiten zu meinem C-Test bei VisiLab. Es ist ganz wieder nahe vom Footscourt und wir beginnen mit einer Dioptrie-Vormässung. Ich bin mega erstaunt, ich habe eine Dioptrie von 0,75. Ich habe gemeint, ich sehe super gut, aber ja, in diesem Fall muss ich vielleicht Brillenträgerin werden. Mit dieser lustigen Brille finden wir heraus, was ich wirklich für eine Dioptrie brauche. Okay, ja, nach all diesen Tests habe ich herausgefunden, dass ich trotzdem nicht so super gut sehe, wie ich gemeint habe. Aber ich bin super beraten geworden und werde wahrscheinlich bald stolze Brillenträgerin.